Hi, ich bin Daniel von Börse Berlin for You. In den letzten Folgen haben wir den Grundstein für euren Einstieg an der Börse gelegt und verschiedene Anlagemethoden näher betrachtet. Doch welche Wertpapiere sich für euch am besten eignen, das schauen wir uns jetzt mal an. In welche Anlageklassen würdet ihr denn am liebsten investieren? Also ich persönlich würde dann eher schon ins Risiko gehen, weil die Rendite dann ja auch meistens höher ist. Immobilien gibt es natürlich, mein Dad besitzt auch zwei Immobilien, ist auch eine coole Sache, aber da braucht man natürlich erstmal ein bisschen mehr Geld. Aktien ist mir dann doch irgendwo erstens ein bisschen zu risikoreich und zweitens muss man sich damit aktiv wirklich permanent auseinandersetzen, das ist mir einfach zu viel. Toll, dass es so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Grundsätzlich können wir Wertpapiere in drei Kategorien einstufen. Eins, Aktien. Zwei, Staatsanleihen. Drei, ETFs und Fonds. Da gibt es einmal die Aktien einzelner Unternehmen. Die Tatsache, dass man eben viele Einzelwerte erwerben muss, um diversifiziert aufgestellt zu sein, macht die ganze Sache teuer. Achtet zudem darauf, dass es ausreichend vertrauenswürdige Informationen über das Unternehmen gibt und dass ihr diese auch versteht. Bei Anleihen leiht ihr dem Unternehmen oder dem Staat Geld und bekommt dafür jährlich Zinsen. Aktuell leider eher weniger. Wer euch also hohe Zinsen zahlt, versuchst euch damit ein hohes Risiko, das Geld nie wieder zurückzubekommen. Staatsanleihen gelten generell als sicherer. Das hängt aber auch natürlich vom Land ab. Argentinien war zum Beispiel mehrmals pleite und konnte das Geld so nicht zurückzahlen. Dann gibt es noch Fonds und ETFs. Während ETFs die Wertentwicklung eines Indexes abbilden, versuchen traditionelle Fonds über die Auswahl bestimmter Wertpapiere eine möglichst hohe Rendite zu erreichen. Beide Seiten haben Vor- und Nachteile. Ihr solltet aber auch die Gebühren und anfallenden Steuern nicht unterschätzen. Wichtig ist hier, dass ihr das Klumpenrisiko vermeidet, also nicht alles wieder auf eine Karte setzt. Gerade bei ETFs solltet ihr darauf achten, denn viele Indizes setzen sich sehr ähnlich zusammen. Wer nicht viel Geld auf einmal investieren kann, der investiert über Sparpläne. Ein ETF-Sparplan ist eigentlich wie ein Bank-Sparplan. Ihr investiert monatlich Geld in ein Anlageprodukt eurer Wahl. Einer der größten Vorteile eines Sparplans ist die Flexibilität. Ihr könnt euren Sparplan jederzeit starten, stoppen oder auch anpassen. Seid ihr mal knapp bei Kasse, so könnt ihr eure Rate senken oder euren Sparplan komplett auf Eis legen. Verdient ihr gutes Geld, so könnt ihr eure Rate erhöhen. Jederzeit. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare und schaut einfach mal auf der Website der Börse Berlin nach. Dort findet ihr das 1x1 der Börse. Beim nächsten Mal bei Börse Berlin4U geht es um die nächsten Schritte, nachdem der Einstieg gelungen ist. Bis dann. Ciao, ciao.